So geile Lieder mit bei, ey. Ja! Nein! Oh mein Gott! Ach so! Oh mein Gott! Was für ne Scheiße! LOL! Haben wir's? Let's go! Ist das der Safe-Punkt? Okay. Nein! Wo war ein Safe-Punkt? Ich hab den nicht gesehen! Fuck! Bleib da mal oben, Mann! Jetzt darf ich aufspringen. Fuck! Wie bist du das erste Mal geschafft? Fuck! Fuck! Bitte lass mich hoch! Monte lass mich hoch! Oh mein Gott! Let's go! Neuer Safe-Punkt! Do not enter! Okay, warum steht da do not enter? Monte, du Ficker! Was hast du hier gemacht? Wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Okay, warte mal, warte mal, warte mal! Digga, ich schwör, ne? Kannst du nicht, Monte! Wirklich! Du bist so'n Wichser! Hahaha! Was für ne Scheiße! Wo muss man noch lang? Digga, was? Ich bin so'n Fuchs! Ich bin so'n Fuchs! Ich bin dead! Was ist jetzt? Fuck me! Ich bin so'n Fuchs! So'n Fuchs war das? Step out of me! Was für ein Fuchs ist das? Was sind das für komische Nashörner? Hallo? Warum schützen sie ein? Digga, da fliegen irgendwelche Nashörner! Hm, Monte! Mach was immer! Ach so, das, das klellt immer runter! Dann musst du ja einfach rüberspringen! Monte! Fuck Nein, nein, nein Fuck me in the ass, bro Das Nielfeld hat mich erwischt Ich hasse dich Oh mein Gott, ich hasse dich nicht Das Ding hat mich gerettet Wo ist mein... Safe, safe, safe Wir sind weitergekommen Ding Mann, was soll die Scheiße Warum Wie kann man den dann triggern Geht der nur einmal raus, oder was Mantel Was ist das für eine Scheiße, Digga Mann, was muss ich da oben machen Warum du machst so Gerardy auf die 1, Digga You collected a Gunnergy Can Das ist schon geil, muss ich sagen What the fuck Darauf erstmal Gunnergy, Digga Nice Nice Was ist das für eine Scheiße Was passiert da Warum macht er so eine 1-80-Drehung Ich höre, ich box irgendwas Ich box irgendwas Was ist das für eine Scheiße, wohin Was ist das für eine Scheiße, wohin Oh mein Gott, ja 5 von 7 Wir machen das Ding heute durch Halt immer schneller Halt immer schneller Fuck, Digga Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein Digga, warum geht das? What the fuck Yo, Jungs Exploit, exploit Oh mein Gott For real, ist das gewollt? Glaubt ihr, das ist gewollt? Alter, wir schummeln Aber ist Ist okay Gehört ja zur Map What the fuck Okay, ich will runter Danke Nur Gold ist gewollt Okay, das ist ein bisschen dumm gewesen Muss ich sagen Ich kann es halt oben rauf Ich meine, ich habe es ja nicht absichtlich gemacht Sieht cool aus No joke Wohin, wohin, wohin Ich check dich, wohin Nein, nein, nein Fuck me in die Ass Nein Mann, dieser Wichsball Guck Was passiert hier für eine Scheiße? Och Mann Halt dich doch fest, Mann Da Ist voll verpackt Warum geht das? Was? Yo, what? Kann er vorbeispringen? Hallo Was ist das für eine Muss ich früh abspringen? Ich glaube, ich muss früh abspringen Mann, Junge Epic Games Oh, Epic Ich hasse euch Ich hasse euch, Epic Games Oh, deine Scheiße Ich bin kurz vorm Ende Ja, selber durchschaut, Digga Ja, und jetzt? Digga, was ist das für eine Scheiße? Mann Mann Ich bin so fucking dumm Naja, wirklich Unglaublich Ich bin so Ah Ich weiß nicht, wie diese Dinger funktionieren, Leute Ich schwöre, ich drehe durch Monte Wie macht man das? Leute Wir haben Slide Bug Wir haben Sound Bug Smack Dead Smack Dead Smack Dead Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Wirklich, dieser Sound Bug Dieser Restart Jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht Obwohl ich das schaffe Jetzt Ich fick diese Map Ich hasse diese Map Was? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ne Wirklich, fick dich Diese Scheiße Nein Ich bin gesprungen Das war ein Fehler Oh Mann Monte Was machst du für eine Scheiße Wirklich Das ist echt gerade richtig Das ist das Schwerste gerade Ich habe das Gefühl, das nächste wird noch schwerer Monte Egal, wir haben es jetzt Ich weiß jetzt, wie das funktioniert Du musst W drücken bei dem Pilz Und du musst in die Richtung gucken Was ist das für eine verfickte Scheiße Wohin? Was muss ich hier machen gleich Hä? Sims hat mehr Steam-Spieler als R6 Ja Steam, Junge Rainbow spielt sie auch auf Uplay What the fuck Kannst du auch nicht miteinander vergleichen R6 Das Leute immer noch Rainbow spielen, ne Dicker, das Papa Blatt und so Irgendwie vor einem halben Monat So Rainbow gezockt haben und so Oder das Elton Okay Elton streamt einfach auf seiner Playstation Rainbow Hä? Okay, okay Wir haben es, Jungs Wir haben es, wir haben es Das ist a try Das ist a try What the fuck Wo muss ich hin? Ja Wo zum Fick muss ich hin? What the fuck, Mann Dicker, es geht immer weiter hoch Man, ich check nicht wohin Das ist echt das Schwerste hier bis jetzt Also alles andere war Im Gegensatz zu denen hier war es easy Aber ist gut Ist gut Dann schaffst du auch nicht jeder Ich weiß Ich check Hat sie Monte selbst geschafft? Weil so einfach ist es nicht Okay, jetzt Was jetzt Was jetzt Was jetzt Was jetzt Jungs 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 Ich fick diese Map Monte Monte, ich fick diese Map Scheiße, Mann Ich weiß nicht, was ich da machen muss Muss ich da hin? Ah, Monte Was jetzt Was jetzt Was jetzt Muss ich da vielleicht hin? Monte, ich fick dich Wenn das Wenn das wirklich der Weg war Dann ist Monte ein Wichser Ich sag's Ich glaube, das war der Weg Oh mein Gott Was ist das denn für eine Scheiße? Geht die Dose, Digger Nein Das kann nicht sein, Jungs Nein Nein, 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 nein Ach, Mann Ich kann nicht mehr Ach, Mann Ich hab Speed runtergenommen Ich dachte, ich jump vorbei Egal, wir haben jetzt den Weg Oh mein Gott, das war die ganze Zeit ein Bait Mante Mante What doesn't kill you makes you stronger Ja Aber was jetzt Ja Fuck yes, Junge Monte Was ist das für eine Scheiße Ich checke nicht Nein Mante Was ist das für eine Scheiße Spring doch, du kleiner Bastard Digga, das ist zu schwer Scheiße Ne, sieh nur halt der Maul Wir haben's gleich Digga, ich fick diese mehr Wirklich Montaner Blick Ansage am Montaner Blick Mante Ich will einfach nur One Piece weiter gucken, Digga Und eigentlich müsste ich lernen Ich hab heute gar nichts gemacht Ich hab heute gar nichts gemacht Weder programmiert Noch für irgendwas gelernt Scheiße, Digga Ich bin so am Arsch Er hat recht gehabt Dass paar Leute daran brechen werden Ich dachte in den ersten paar Okay, das machbar, machbar, machbar Aber jetzt ist wirklich Chaos Seid ready, Jungs? Ich hasse diese Map Man, Monte, wie macht man die Scheiße? Nein Acht Minuten Warum? Nein Ich schaff's heute nicht mehr Ich schaff's heute nicht mehr, Leute Kann mir einer erzählen, warum es einen verfickten Timer gibt Wenn das eh nur mal vier Stunden geht Oh mein Gott, ich war so nah am Ziel So nah am Ziel Mann, Digga, wie geht die Scheiße? Oh mein Gott, Jungs Oh mein Gott Ich hab's Oh mein Gott, wie viele Minuten haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Oh mein fucking Gott, nein Ich muss durchziehen Nein In drei Minuten In drei Minuten Das ist hier ein Weltlauf gegen die Zeit Das ist scheiße Nein Oh fuck Scheiß drauf, Mann Mann, das ist voll scheiße mit diesem Server-Neustart Drei Minuten Ich fick dich Wer auch immer diese komische Scheiß-Zeit ausgedacht hat Für Server-Neustart Du bist ein Bastard Bei Epic Games Sorry, dass ich so auf die Mutter gehe Aber ist so Scheiße Das dauert auch nicht mehr so lange Ich glaub, dann ist das Ende Okay Nein 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 Jungs, wir waren so nah am Ziel Aber doch so fern Mont hat's geschafft, Digga Er hat mich gebrochen Oder Fortnite hat mich gebrochen Emotional Damage Ja, Mann Leute, wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst ein Like da Man, Fokus, du Sch- Oh, geil, hat gebrockt Dann machen wir morgen die Scheiße zu Ende Oh, nettinger, budma Ich fahr Auto seit vier Jahren Eines Tages Weil ich hinten küpfe an Ich stand da an einer roten Ampel Oh, nettinger, budma Ich fahr Auto seit vier Jahren Eines Tages Ich stand da an einer roten Ampel Ich hasse euch Ihr seid so dumm Ihr seid solche Wichser Oh, Mann Soll ich heute noch mal versuchen reinzugehen? Oder nicht? Nee, das geht nicht Ich muss üben und so Immer noch mal Oh, das ist so crazy, mother Oh, das geht nicht Bis zum nächsten Mal.